Liest du es gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen, sie singen. Na ja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Na ja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für Ungut. Wir haben eher keins. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu hab? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Signora Cazar. Me alegroelo. Sag mir de Ki. Wow. Was machen wir mit ihm? Samuel. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Vamonos. Ach, du Scheiße. Los demás sind in Position. En camino. Todo va de acuerdo al Plan, Señor. Fantastisch. Wie lang hast du das schon geplant? Seit ich hier reingekommen bin. Samuel, beeil dich. Wir müssen schnell sein. Heilige Scheiße. Verdammt. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier. Die wirst du brauchen. Du weißt noch, wie man da bevor mir geht. Ja, das kommt schon wieder. Habrán todas las Puertas. Hector. Damit löst du... ...einen verdammten Aufstand aus. He he. Ja, genau. Háganlo. Hä? Gä? Da geht's. Ah. 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 Das ist verrückt! Wir müssen uns unserer Teier herstellen! Scheiße! Tannen Sie! Ingenieur, Endekon, déjenos pasar y los dejamos vivos! Bachelos a todos! Huye! Muele! Danke! Siehst du? Der Plan funktioniert. Das sehe ich. Und was jetzt? Estamos in Position. ¿Están listos? Si. Busken donde cubrirse. Samuel, geh in Deckung. Was? Warum? Tu es einfach. Reilige Scheiße. Okay. Ja. Ja, mir geht's gut. Señor Alcázar, estamos bien. Las cabiretas están en camino. Hier es el gringo. El gringo está en camino. Caramba, tenemos que... Verdammt! him, er, los... Murida! Aber... He dicho, gringo! So weit, du scheiße. Oh! Uff! Kau. Ja. Schasm ¡Handern! Este Sieg Rimos! Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Samuel, Entdeckung. Samuel, gleich sind wir entweder frei oder tot. Bist du bereit? 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 Im Losiette! You can't stop us! Untertitelung des ZDF, 2020 Au revoir. Hier, Samuel, trink. Oh nein, mir geht's gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Äh, meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Äh, keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt doch, wo er ist. Ja, äh, stimmt. Okay, aber... Hör zu, es... Es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindötige Hinweise. Oh, okay. Warte, warte doch. Hey, hey, hey. Leise. Ganz ruhig. Ich mag dich, Daniel. Und noch wichtiger? Ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich... Ich... Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Damian Kuchio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomm ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre... Wie lang? Sechs Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. Drei Monate. Drei Monate sind unmöglich. Drei Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. Drei Monate und die Hälfte. Also. Wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann... ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also. Die nächste Startnummer ist zehn Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde... Was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn ich ihn fahre, Samyam. Tja. Alcasa lässt mich gehen und... Hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raifs und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des Heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Raif. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich... hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und äh... Ich wette, dass Raif das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern Sie und zwar in drei Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Äh, ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarkt-Auktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine zweite Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Tja. Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Äh. Oh, nein. Nein, Mann. Echt. Ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich... Ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Äh, was weiß ich. Leute wie... Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist mein Mann für solche Sachen. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an. Okay. Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcázar. Ah. Hallo, Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Äh, Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Er. Ich weiß, ich weiß, aber... Wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Ach. Jätsin. ... Ich...